Hallo zusammen, wir sind hier in Zürich unterwegs und befragen heute Jugendliche zum Thema Lehrstelle. Ich habe meine Lehrstelle auf Jusdick gesucht und habe sie auch dort bekommen. Auf Jusdick? 25? Viele? 6'000 oder so, irgendetwas. Gefühlt, gerade geschehen zu 1'500. Ah, ok, ok. Ok, ok, ups. 25? Optimistisch. Sicher etwa 2'000 würde ich sagen. Ich wäre jetzt noch bei 400'000 gewesen, aber es wäre jetzt eine Million. Ja, sagen wir spontan 40'000. 239. Ich glaube nicht. Fast. Ich würde sagen Bühnen-Tänzer. 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 Ich dachte, es klingt so komisch, dass es noch gerne sein könnte. Ja, ok, das wäre zu offensichtlich gewesen, aber gut. Das hätte ja sein können. Klingt so komisch. Ha klar, klingt so komisch. Ah, klingt so komisch. Bis zum nächsten Mal.